Vor über 500 Jahren zog ein Tal in Tirol ganz Europa in seinen Bann. In kurzer Zeit gelang in einem kleinen Bauerndorf der Aufstieg zu einer der grössten Metropolen des Mittelalters. Die Menschen waren erfinderisch und konnten ihre Ideen zu barer Münze machen. Mit ihrem Reichtum setzten sie unübersehbare Zeichen. Bauten prunkvolle Schlösser und die grössten Gotteshäuser, deren Glocken angeblich sogar Schlechtwetter vertreiben konnten. Doch ein Berg schien die Gewitter geradezu magisch anzuziehen. Der Silberberg. Rund um den Berg rankt sich eine alte Sage. Ihr zufolge soll in einer donnernden Gewitternacht eine junge Magd plötzlich einem wilden Stier gegenübergestanden sein. Die Magd, die Kandlerin, habe voller Angst beobachtet, wie der Koloss seine Hörner in den Boden rammte. Immer wieder an der gleichen Stelle. Als ob er etwas auszugraben versuchte. Erst als er tatsächlich etwas freigelegt hatte, sei er zur Ruhe gekommen. Die Magd, so erzählt man sich bis heute, soll an jener Stelle einen seltsam schimmernden Stein gefunden haben. Seither wird der Stier im Land rund um den Silberberg verehrt. Höhlen und markante Felsformationen sind nach ihm benannt. Er prangt auf Wappen und Gedenktafeln, sogar in der prächtigen Schwarzer Pfarrkirche, der einzigen vierschiffigen gotischen Hallenkirche Europas. Das Gotteshaus wurde mit gigantischem Mitteleinsatz gebaut. Das Dach ist mit 15'000 massiven Kupferschindeln gedeckt. Schwarz muss einmal sehr reich gewesen sein. In alten Chroniken wird berichtet, dass um 1420 viel fremdes Volk nach Schwarz gezogen sei, obwohl das Dorf auf der Schattenseite des Inntales lag und regelmässig von einem Gebirgsbach überflutet wurde. Die Zuwanderer trugen ihre Ledeschürzen verkehrt herum. Und sie unterhielten sich in fremden Sprachen. Die ansässige Dorfbevölkerung traute den Gesellen nicht über den Weg. Bis heute sind aus dieser Zeit die Spuren mächtiger Gesteinsbewegungen nachweisbar. Ab dem Jahr 1430 wurden die Flanken des Silberbergs auf immer grösseren Flächen mit Geröll bedeckt. Was war geschehen? Anfang des 15. Jahrhunderts durchstreiften Prospektoren das Inntal. Diese Suchtrupps kamen im Auftrag des Landesfürsten. Sie hatten die Aufgabe, neue Lagerstätten für Edelmetalle zu erkunden. Gold und Silber waren heissbegehend. Sie suchten zunächst nach grün- und blau gefärbten Steinen, die auf Kupfervorkommen hindeuten. Schlechter Baum wuchs und der Geschmack des Wassers führte sie immer näher zu den Erzadern. Das gemeine Leimkraut zeigte ihnen kupferhaltigen Boden an. Und dann fanden sie, wonach sie suchten. Spuren von prähistorischem Bergbau. Die Schmelzmeister werteten die Gesteinsproben aus. Mit einem neuen Verfahren konnten sie dem Kupfer den Silbergehalt entziehen. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Die Prospektoren hatten die reichsten Silberadern Europas gefunden. Die Nachricht vom sagenhaften Silberfund verbreitete sich in Europa wie ein Lauffeuer. Berggeschrei setzte ein und kündete von schnellem Reichtum. So mancher Bauer hatte als Kind die ersten Knappen in sein Dorf ziehen sehen. Jetzt zogen tausende Bergleute, Handwerker, Händler und Marketenderinnen durchs Inntal. Sie alle lockte die Aussicht auf schnelles Geld. Schwarz erlebte einen Aufstieg zur Bergbaumetropole. Zur grössten Europas. Doch für die Bergleute hatte der Traum vom Wohlstand nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Um dem Berg seinen Schatz abzuringen, riskierten die Männer Tag für Tag ihr Leben. Jeder hatte seine fixe Aufgabe. Der Hundstößer etwa schob die schweren Wagen mit Erz- und Abraumgestein ans Tageslicht. Jede Hand musste zupacken, war sie auch noch so klein. Nur so konnten die Bergarbeiterfamilien überleben. In den Scheitstuben klopften sich hauptsächlich Frauen die Finger wund. Und nebenbei konnten sie die Kinder beaufsichtigen. Tag ein, Tag aus musste das kostbare Fahlerz sorgfältig vom Taubengestein getrennt werden. Das lernten hier schon die Kleinsten, um später im Berg vollwertige Arbeit leisten zu können. In den Büchern Georg Agricolas finden sich detailgetreue Darstellungen der damaligen Lebenswelt. Er gilt als Vater der Montanwissenschaften. Die sagenhaften Silbervorkommen haben sich viele ganz bestimmt anders vorgestellt. Denn der Grossteil des geförderten Gesteins war taub und musste auf die Halden gekippt werden. Rund um den Abbau häuften sich riesige Geröllfelder an. Der Silberrausch lockte immer mehr Glücksritter nach Schwarz. Jeder Neuankömmling glaubte sich hier am Ziel seiner Träume. Die Marketenderinnen hatten alle Hände voll zu tun. Sie versorgten Knappen und Bergbeamte mit Speis und Trank und wiesen den Neuankömmlingen den Weg zur Schreibstube. Der unaufhörliche Zustrom von neuen Arbeitskräften war gern gesehen. Vor allem bei den Inhabern der Schürfrechte, die die Knappen beschäftigten. Die zeitgenössischen Illustrationen aus dem berühmten Schwarzer Bergbuch vermitteln noch heute ein lebendiges Bild vom Alltag der Bergleute. Der Regent Tirols gestand den Bergknappen einen Sonderstatus zu. Jeder von ihnen dürfte steuerfrei auf öffentlichem Grund ein Haus errichten, eine Kuh oder eine Ziege halten und zum Eigengebrauch Vögel und Fische fangen. Nach einem harten Arbeitstag, wenn das Schichtende eingeläutet wurde, gaben die Knappen ihr Werkzeug ab und versuchten die Anstrengungen und die Dunkelheit im Berg bei einer deftigen Mahlzeit mit Bier, Wein und Schnaps zu vergessen. Die Sitten waren rau, am Berg herrschten eigene Gesetze. Das Berggericht revolutionierte die mittelalterliche Rechtsordnung. Am wichtigsten war das Prinzip der Freiheit für alle, die für das Bergwerk tätig waren. Jeden Morgen fassten die Bergleute neues Werkzeug aus. Sie hofften, dass sie mit ihren Fäusten das schnelle Geld machen würden. Sie glaubten, dass der Berg eine Seele hätte und Tribut forderte. Und sie wussten, dass ihnen kein langes Leben beschieden war. Der Tod war hier ständiger Begleiter. Die langen Listen der Verunglückten kümmerten den Herrn auf Schloss Freundsberg wenig. Hier weilte von Zeit zu Zeit der Landesfürst, Erzherzog Sigmund der Münzreiche, in Schwarz. Er war zweimal verheiratet und dennoch blieb ihm das Glück, einen Thronfolger zu zeugen versagt. Der Bergsegen war sein Glück. Sonst hätte er sein prächtiges Hofleben in Innsbruck und seine über 50 unehelichen Kinder nicht finanzieren können. Von seinen Eskapaden erfuhren die Knappen unter Tag natürlich nichts. Sie wussten aber von den Bergpredigten des Johannes Matthäus, dass durch das Rammeln und Begatten von Schwefel und Quecksilber die Frucht des Berges entstanden sei. Tatsächlich befinden sich im Schwarzer Dolomit die silberreichsten Pfahlerzvorkommen der Alpen. Sie entstanden im Zuge der alpinen Gebirgsbildung, die vor 70 Millionen Jahren begann, als die Kontinentalplatten Afrikas und Europas zusammenstießen. Bei Temperaturen von mehr als 500 Grad Celsius drang die Gesteinsschmelze nach oben, in die Risse und Klüfte der sich auffaltenden Alpen und kühlte ab. So entstanden die Lagerstätten. Das Schwarzer Pfahlerz, das die Knappen mühevoll zutage förderten, bestand zu rund 40 Prozent aus Kupfer. Der Silberanteil lag unter einem Prozent. Doch Silber war etwa 250 Mal so viel wert. Die Schlägel und Eisen in ihren Händen waren nur ein halbes Kilo schwer. In den engen Stollen konnte kein grösseres Werkzeug verwendet werden. Das Holz der Stiele war dünn und besonders elastisch, um die Vibrationen zu dämpfen. Auf einer Fläche von ca. einem Quadratmeter Dolomit schaffte ein Hauer in acht Stunden einen Vortrieb von etwa 5 Millimeter. Die Männer nannten ihre Gänge Martyrienstollen. Sehr gefährlich waren die austretenden Dämpfe. Als Pesewetter forderten sie zahllose Opfer unter den Knappen. So wurde Frischluft durch Holzrohrleitungen eingeblasen. Die schwarze Metallproduktion wurde sehr rasch zu einem europäischen Wirtschaftsfaktor. Um die Produktion zu steigern, waren Modernisierung und Rationalisierung schon vor über 500 Jahren gefragt. Angetrieben von Wasserrädern übernahmen Pochwerke die maschinelle Zerkleinerung des Erzes. Über Rutschen beförderte man das Material weiter und mit Hilfe von Wasser wurde der zermahlene, schwere Erdsand vom leichteren Taubengesteinssand getrennt. Für Erzherzog Sigmund lief das Geschäft blendend. Er war Teilhaber aller Gruben und jeder zehnte Kübel Roherz musste als Steuer seinen Beamten abgeliefert werden. Doch leider verschlang der Lebens- und Regierungsstil des Landesherrn mehr als er einnahm. Und so kam er auf die Idee, Darlehen aufzunehmen und dafür die Schürfrechte an seinen Gruben auf Zeit zu verpfänden. Die Kreditgeber waren reiche Tiroler Kaufleute und deutsche Handelshäuser. Dieser Inhaber der Schürfrechte wurden zu dieser Zeit Gewerken genannt. Um das Transportvolumen weiter zu reduzieren, wurde das Erz in den Saigerhütten geschmolzen. Der Silberbrenner war einer der wichtigsten Beamten. Er beherrschte die Kunst des Saigerns. Die Kunst, das Silber aus dem Pfahlerz herauszulösen. Von Jahr zu Jahr stieg die Silberproduktion. Schwarz hatte nur einen Nachteil. Es war keine befestigte Stadt. Also verfügte der Landesfürst, dass die Gewerken ihm alles Silber in die nächstgelegene, gut befestigte Stadt abliefern mussten. Diese Reise ging streng bewacht stromaufwärts, zur Salinenstadt Hall. Für die expandierende Wirtschaft des 15. Jahrhunderts bot die Innschifffahrt das perfekte Transportmittel. Bis zu 40 Pferde waren vor einem Schiffszug gespannt. Bevor sich die Schwertransporter in Bewegung setzen konnten, mussten die Ruderer die Lastschiffe vom Ufer weg in die Strömung hinaus manövrieren. Der Stangenreiter war für den gesamten Reiterzug verantwortlich. Er sondierte den gefahrvollen Weg. Einen Schiffszug mit über 300 Tonnen Fracht schleppten die Pferde oft nur sehr langsam durch das weitverzweigte Flusssystem. An manchen Stellen, wo der Weg für die Pferde nicht weiterführte, mussten sie das Ufer wechseln. Dieses Stromaufwärtsziehen nannte man Treideln. Und weil es oft gar so langsam ging, leitete der Volksmund vom Treideln das Trödeln ab. Der Alltag der Schiffsleute war hart und gefährlich. Jeder erhielt drei deftige Mahlzeiten am Tag und zum Durstlöschen sieben Liter Bier. Bis zu 80 Schiffe wurden am Hafen von Hall monatlich abgefertigt. Vor der gut befestigten Salinenstadt spannte sich ein Holzrechen von Ufer zu Ufer, um das stromaufwärts geschlagene Brennholz aufzufangen. Damit war hier Endstation für die Innschiffer. Alle Waren mussten entladen und einige Tage am Markt angeboten werden. Da kein Ende des Silbersegens absehbar war, verlegte Sigmund auch die Münzprägestätte von Meran nach Hall. Damit ersparte man sich die mühsamen und gefährlichen Transporte über den Brenner. Das Haller Salz ging hauptsächlich in den Export und wurde mit ausländischen Gold- und Silbermünzen bezahlt. Zu dieser Zeit entsprach der Wert einer Münze ihrem edlen Metallgehalt. Man konnte sie also getrost einschmelzen und neue Münzen kreieren. Siegmund liess Goldmünzen mit seinem Konterfei prägen. Den Goldgulden, die Währung für den internationalen Handel. Und den Kreuzer, das Zahlungsmittel für die täglichen Geschäfte am Markt. Auf dem Markt in Hall gab es alles, was gut und teuer war. Beispielsweise kostete das Pfund Wachs für Windlichter, 13 Kreuzer. Ein einfacher Knecht musste dafür mehr als zwei Tage Holz hacken. Da es keine halben Kreuzer gab und keine Fünfer oder Zehner, war die Bezahlung der Waren aus aller Herren Länder keine einfache Sache. Wer nur den Bruchteil des Wertes einer Münze ausgeben wollte, hatte keine andere Wahl, als sie tatsächlich zu zerbrechen. Ein Umstand, den Sigmund unbedingt ändern wollte. Silber stand ihm ja ausreichend zur Verfügung. Und immer neue Lieferungen langten in seiner Münzstätte ein. Die Münzer hatten kaum Geldsorgen. Ihre vertrauensvollen Posten waren gut bezahlt. Der Topverdiener der Stadt war der Münzmeister. Er war für die Umsetzung von Sigmunds grosser Münzreform verantwortlich. Zunächst prägte man eine Münze im Wert von sechs Kreuzern. Die bald beliebteste Münze im Handel. Dann eine im Wert von zwölf Kreuzern. Und schliesslich den ersten Halbguldiner. Doch mit diesem Kleingeld konnte Sigmund seine Kreditschulden nicht bezahlen. Also entschloss er sich, eine Münze zu trägen, die 60 Kreuzer wert war. Den ersten Guldiner der Welt. Sigmund behauptete, dass sein Guldiner genau den Materialwert habe, wie das bisherige Mass aller Dinge, der rheinische Goldgulden. Sigmunds neues Währungssystem war so erfolgreich, dass es für Jahrhunderte bestimmend bleiben sollte. Der internationale Handel und das aufkommende Bankwesen entwickelten einen Geldbedarf, der mit den europäischen Goldvorkommen nicht mehr abzudecken war. Viele Länder prägten daher die Haller Silbermünzen nach. Eine dieser Imitationen nannte der Volksmund Thaler. In Spanien hiess er Dolaris und nach Amerika exportiert wurde er zum Dollar. Für seine Meisterleistung erhielt Sigmund den Beinamen der Münzreiche. Denn gleich sein Schuldenberg exorbitante Ausmasse annahm. Mit seinem Nachfolger Maximilian I. begann der Aufstieg des Hauses Habsburg zur Weltmacht. Anlässlich seiner Kaiserkrönung ordnete er die Prägung des Kaisertalers an. Um seinen Anspruch auf die Führung eines geeinten Reiches kundzutun, ließ er als erster Herrscher das Wort Europa auf eine Münze prägen. Kupfer, das Nebenprodukt des Silberabbaus, wurde allmählich für Maximilian immer wichtiger. Als Legierungsteil von Bronze konnte Kupfer seinen Wert gehörig steigern. Gießereien wie die von Peter Löffler schufen aus Bronze herausragende Kunstwerke. Eines davon, die Kirchenglocke Maria Maximiliana, hängt noch heute im schwarzer Glockenturm. Man sagt, ihr Klang könne jedes Schlechtwetter vertreiben. Mit Hilfe der gigantischen Kupfervorkommen begann Maximilian in Innsbruck, eines der grössten Waffen- und Rüstungszentren Europas aufzubauen. Die neuen Kanonen der Gießerei Löffler waren europaweit gefürchtet. Ihre Präzision, Reichweite und Durchschlagskraft waren einzigartig. Bei der Eroberung der Bayerischen Festung Kufstein stellten sie das eindrucksvoll unter Beweis. Maximilian konnte seine militärischen Erfolge nur mit Krediten finanzieren. Immer mehr Silber ging für deren Abdeckung in den Export. Einer, der durch sein Engagement in Tirol glänzend verdiente, war Jakob Fugger, der Reiche. Man kann ihn als ersten Global Player bezeichnen. Dann dürfte unser Vermögen jetzt zwei Millionen Gulden betragen. Sein Handelsnetz spannte sich über ganz Europa, Ostindien, Afrika und die Neue Welt. Seine Bilanz kann sich durchaus sehen lassen. In 30 Jahren steigerte er sein Vermögen um 2'900 Prozent. Auch die Schwarzer Gewerken verdienten gut und stellten ihren Reichtum eindrucksvoll zur Schau. Der Gewerkenfamilie Stöckel verdankt Schwarz heute sein Rathaus. Die Brüder Veit Jakob und Simon Tenzel erwarben die Wehrburg Tratzberg und bauten sie zu einem luxuriösen Schloss aus. Ihr neuer Firmensitz in Schwarz war mit einem Bogengang zur Kirche verbunden. So konnte man das Elend und den Schmutz der Strasse leichter übergehen. Um auch in der Kirche jeden Streit zwischen Bürgern und Knappen zu unterbinden, trennte bis ins 18. Jahrhundert eine zwei Meter hohe Holzwand, den Lloyd-Chor vom Knappenchor. An Sonntagen präsentierte sich die Bergbaumetropole festlich herausgeputzt. Allerdings, das Umland war verwüstet. Auch wenn die Bergordnung vorschrieb, die Wälder fürsorglich zu schlagen, gab es auf den Bergen rund um Schwarz kaum noch Bäume. Da Holz der einzige Lieferant von Wärmeenergie war, drohte in den Erzschmelzen das Feuer auszugehen. Ungeheure Holzmengen aus dem Oberland mussten stromabwärts geflößt werden, um die Produktionsprozesse in Hall und Schwarz aufrechterhalten zu können. Hauptabnehmer war die Saline. Tag und Nacht mussten die grossen Sudpfannen zur Salzgewinnung beheizt werden. Die Wirtschaft boomte und der Zustrom in die Silberstadt kannte keine Grenzen. Die schwarze Bevölkerung wuchs innerhalb weniger Jahre auf über 20'000 Menschen an und war nach Wien der zweitgrösste Ort des Habsburger Reiches. Das einst verschlafene Bauerndorf lieferte bald 85 Prozent der weltweiten Silberproduktion. Um dem Freizeitverhalten der Knappen gerecht zu werden, soll es in Schwarz an die 100 Wirtshäuser gegeben haben. Die Lebensmittelversorgung wurde unterdessen immer problematischer. Schwarz entwickelte sich zu einem teuren Pflaster. Knappen mussten sich nicht um begehrte Waren anstellen. Sie genossen das Privileg des Vorkaufsrechtes. Alle lebensnotwendigen Güter mussten eigens herangeschafft werden. Hier war kaum jemand Selbstversorger. Gewiefte Händler versuchten ganze Lieferungen aufzukaufen, zu horten und in Mangelsituationen dann teuer zu verkaufen. So war beispielsweise Weizen dreimal so teuer wie in Wien. Riesige Rinderherden wurden aus Ungarn, Kroatien und der Steiermark nach Tirol getrieben. Die schwarze Metzger verarbeiteten pro Woche an die 100 Stück. Schon die Berg-Synode von 1510 besagte, dass Fleisch die allerbeste Leibnahrung sei. Wer sich keines leisten konnte, aß Bergmus. Eine Mischung aus Wasser, Mehl und Schmalz. Wein galt als ausgezeichnetes Heilmittel gegen die verschiedensten Krankheiten. Die Knappen sahen sich als Aufsteiger in einer Zeit gewaltiger Veränderungen. Die Knappen nutzten ihre wichtige Position im Wirtschaftsgefüge, um die ersten Ansätze eines Sozialsystems zu etablieren. Das sogenannte Bruderhaus war das Knappenspital. Hier wurden verletzte, kranke und alte Bergleute behandelt. Dafür musste jeder Knappe monatlich einen Kreuze seines Lohnes beisteuern. Und bei endgültiger Arbeitsunfähigkeit zahlte das Bruderhaus eine Pension aus. Eine Zeit lang half hier der frischgebackene Doktor beider Arzneien, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, der später Paracelsus genannt wurde. Paracelsus war der erste der Lungenkrankheiten der Bergarbeiter, nicht auf böse Geister, sondern auf das Einatmen metallischer Dämpfe zurückführte. Nach Schwarz in Tirol kam er, um von einem wahren Meister der Schmelztechnik, von Sigmund Fieger, in die Künstvulkane eingeweiht zu werden. Beim Saigerprozess verschmolz man das silberhaltige Kupfererz mit Blei, das unter anderem aus Tarrens im Oberland kam. Denn Blei hat die Eigenschaft beim langsamen Erkalten, dem Kupfer das Silber vollständig zu entziehen. Danach erhitzte man die Silberbleilegerung erneut. Das Blei oxidierte und floss ab. Den Moment, wenn das Bleioxidhäutchen aufriss und den Blick auf das Silber freigab, nannte man den Silberblick. Das Fuggerhaus in Schwarz zeugt von der Tätigkeit der Augsburger als Gewerken im Bergbau. Ihre Macht schien zu Beginn des 16. Jahrhunderts schier grenzenlos. Jakob Fugger wusste, wie man beim Ablasshandel mitverdienen konnte und wie man einen Kaiser krönt. Mit 850.000 Gulden kaufte er die Fürstenstimmen, die den Habsburger Karl V. zum Nachfolger Maximilians wählten. Der Erlass von Sünden gegen bare Münze funktionierte prächtig. In der Blütezeit des Ablasshandels wurde die berühmte Reliquiensammlung des Ritters Florian Waldauf, in der Haller Stadtkirche eindrucksvoll zur Schau gestellt. Niemand wagte es, die Missstände in der Kirche anzubrangen. Bis auf einen jungen Kleriker, Martin Luther. Seine Flugschriften, in denen er gegen Zölibat, Mönchsgelübde, Heiligen- und Reliquienverehrung eintrat, fanden auf den Märkten reißenden Absatz. Luther prangerte die Machenschaften der Kaufleute an. Etwa Monopolbildung und den Fürkauf, die mittelalterliche Form von Warentermingeschäften. Bei den Knappen fanden vor allem die sozialen Aspekte von Luthers Reformation wieder Hall. Als der Wein in Schwarz immer teurer wurde und die Gewerken den Knappen einen kirchlichen Feiertag streichen wollten, war das Mass voll. Die Knappen streikten. Nicht zum ersten Mal. In ihren Protestmärschen forderten die Bergleute auch die Entfernung der allmächtigen Fugger. Doch diese Forderung konnte Erzherzog Ferdinand von Österreich den Knappen nicht erfüllen. Schliesslich war das Haus Habsburg vom Wohlwollen des Fugger-Imperiums abhängig. Die Knappen erhielten nur wenige Zugeständnisse. Immer mehr Eisen wurden geschmiedet, immer mehr Werkzeug ausgegeben. Tag und Nacht herrschte Schichtbetrieb. Doch der Zenit des Silbersegens war überschritten. Nach über 100 Jahren Silbererzabbau waren die Stollen so tief in den Berg vorgetrieben, dass die Knappen mehrere Kilometer ins Bergesinnere zurücklegen mussten, ehe sie ihren Arbeitsplatz erreichten. Die Stimmung war gedämpft. Es gab schlechte Neuigkeiten. Die Spanier entdeckten 1545 im heutigen Bolivien die Silbervorkommen von Potosi. Die Erzadern hatten einen Silbergehalt von bis zu 50 Prozent. Aus ihnen konnten 200 Tonnen Silber im Jahr gewonnen werden. Zum Vergleich, das beste Jahr des Schwarzer Silberberges brachte knapp 16 Tonnen Ertrag. Dafür mussten 10.000 Menschen in 200 Stollen schuften. Immer tiefer wurden die Schächte in den Silberberg getrieben. Eine sogar mit 70 Grad Neigung unter den Influss. Um das Grundwasser aus dem Schacht zu schöpfen, arbeiteten 600 Bergleute. In vier Stunden Schichten hoben sie das Wasser in einer Ledereimerkette nach draussen. Erträglich wurden diese Extrembedingungen nur durch ein Aufputschmittel. Ein arsenhältiges weisses Pulver. Hüttenrauch, genannt Hidrach. Trotz vieler Todesopfer arbeiteten sich die knappen bis 237 Meter unter die Talsohle des Infor. Die tiefste Stelle, die jemals ein Mensch in Tirol betreten sollte. Ein Großteil der Wasserträger konnte erst mit dem Bau einer mechanischen Pumpanlage eingespart werden. Das Wasserradsystem war so ausgeklügelt, dass es als schwarzer Wasserkunst berühmt wurde. Auch die Münze Hall wurde modernisiert. 1567 begann die Münzprägung mit einem neuen Waldzwerk und man übersiedelte die Münze in die Burg Haseck. Die neuen Münzen wurden in unruhigen Zeiten ausgegeben. Kriege, Bauernaufstände und Glaubenskonflikte führten in Europa zu massiven Wirtschaftsproblemen. Der Niedergang war unvermeidlich. Die Tänzel und Stöckel, die letzten einheimischen Gewerken, machten bankrott. Die Augsburger Firmen übernahmen die lange angestrebte Alleinherrschaft. Doch auch sie mussten schliesslich aufgeben. Die letzten Knappen verliessen 1827 den bis dahin staatlich geführten Betrieb. Den Schwarzer Bergbau nennt man bis heute aller Bergwerk Mutter. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zog sich die Rüstungsindustrie der Nazis in die Höhlen des Silberbergs zurück. Zwangsarbeiter mussten dazu unter unmenschlichen Bedingungen drei Plattformen aus Eisenbeton errichten. Auf vier Ebenen sollten hier geschützt vor alliierten Bomben unter Tag Flugzeuge gefertigt werden. Viel ist davon nicht mehr übrig. Nach Kriegsende liess die französische Armee die Flugzeugteile und Maschinen abtransportieren und sprengte die Betongeschosse. Der Silberberg hat viele seiner Geheimnisse bis heute nicht preisgegeben. Es lagen auch noch Tonnen von Silber im Berg. Doch die Förderung wäre nicht kostendeckend. Die Sage vom wilden Stier und viele andere Legenden ranken sich bis heute um die Silberstadt Schwarz und das Stollenlabyrinth, das teilweise als Schaubergwerk zu besichtigen ist. Auch Kaiser Maximilian hat die Knappen in den Stollen besucht. Was wäre das Haus Habsburg? Ohne das schwarze Silber. Zu Maximilians 500-jährigem Krönungsjubiläum hat die Münze Hall den grössten Silbertaler der Welt angefertigt, der im Münzmuseum ausgestellt ist. Rund um den Münzturm, in den Gassen von Hall in Tirol, ist die Silberära zwar längst vergangen und doch allgegenwärtig. Was hier erfunden, geprägt und in Umlauf gebracht wurde, bestimmt die Welt bis heute. Die Burg Hasek prägt nach wie vor das Erscheinungsbild der einstigen Geldhauptstadt Europas. Schloss Tratzberg ist bis heute ein spektakuläres Denkmal für den Reichtum, den man in der Silberzeit erwirtschaften konnte. Und über Schwarz, der einstigen Weltmetropole, wo zweieinhalbtausend Tonnen Silber gewonnen wurden, thront der mächtige Fels, der Europa den Weg vom Mittelalter in die Neuzeit wies. Die Spuren der Vergangenheit sind unverkennbar. Heute ist im Dornröschenschlaf versunken, der sagenumwobene Silberberg. Untertitelung des ZDF, 2020